Was geht liebe Leute, herzlich willkommen zum weiteren Video hier auf meinem Zwei-Kanal auf fieser Dinkel und wir kommen nach langer Zeit mal wieder zu einer Reaction, die ich auf Stream aufnehme und zwar zu einem meiner Lieblingsreaction-Kandidaten, Dias Biffel. Große Empörung immer über seinen Namen, er am Cheaten und so weiter und was weiß ich. Ich habe auch letztens auf eines seiner ersten Gameplays reagiert, wo man halt auch sieht, dass er damit schon sehr, sehr krass war, bevor er auf dem PC gespielt hat und ja, Kronos-Vorwürfe ohne Ende und Cheaten, weil man sich nicht vorstellen kann, dass es so einen guten Spieler wirklich gibt. Und tatsächlich hat er jetzt auf einer, in einem komplett anderen Spiel, auf einem LAN-Event, also Offline, wo er nicht an seinem eigenen Setup gespielt hat, wo noch viele Leute zuschauen, wo der Druck ganz anders ist, wo man sich nicht in seiner Komfortzone ist, hat er gelinde gesagt abgeliefert, irgendeinem Turnier von Nick Merckx oder so, ich habe das nicht ganz verfolgt, ich habe nur den Twitter-Clip gesehen und dachte mir, das ist eine sehr, sehr nice Reaction, die man sich reinziehen kann. Und ich bin mal gespannt, was die Kritiker dazu sagen. Wahrscheinlich werden sie auch wieder irgendeine Ausrede dazu finden, warum er auch in einem anderen Spiel so gut ist oder ob er vielleicht doch talentiert ist, man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ich habe es selber noch nicht gesehen und es würde mich freuen, wenn ihr für die Reaction eine positive Wertung da lasst und ein kostenloses Abo. Daily Warzone-Contact, beziehungsweise Reaction rund um Call of Duty Warzone, jetzt, wie gesagt, auf einen der besten Spieler in Warzone, in einem anderen Spiel, in Apex Legends. Es ist auch nicht dieses normale Public Apex Legends, sondern es ist ein bisschen was anderes, es ist irgendwie so ein Arena-Format quasi und es war, wie gesagt, ihr seht es schon, er streamt normalerweise ohne Facetime zu Hause, ist auf einer Bühne, das Licht strahlt dann an und so und eigentlich kennt man jeden, jeden kann man fragen, die ganzen Pros und so weiter und so fort, die sagen immer alle, es ist voll schwierig, auch auf einer LAN abzuliefern, weil das ganze Environment einfach ein ganz anderes ist und ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hier sehen und ich hoffe, es ist gefährlich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, mit wem er gespielt hat, ihr seht hier, dass es quasi so ein 3 gegen 3 ist, auf so einer etwas kleineren Map, wo sich der Kreis aber auch schließt, das ist das, was ich mit mir verfahren habe. Wenn ihr euch gut mit Apex auskennt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was hier so der Vibe ist. Ich glaube, es sieht ein bisschen so aus, wie gesagt, ich sehe das das allererste Mal, es sieht ein bisschen so aus, dass es so wie bei Valorant ist quasi oder bei Counter-Strike, dass man halt sich am Anfang was kaufen kann und je nachdem, wie man in der Runde spielt, kann man sich dann halt bessere Waffen kaufen. Ich denke mal, das wird der Vibe sein. Ich weiß nur nicht, ob sie dann auch eine Bombe platzieren müssen oder ob das ohne das ist. Alrighty. Aber ich glaube, es ist eine ganz geile Idee für eine Reaction, einfach mal einen der besten Spieler, den besten Spieler in Warzone in einem anderen Game zu sehen. Ja, ihr seht sie? Und vielleicht sogar als nicht so schlechte Spieler zu sehen. Allein das Move viel schon krass. Ja, 145. Sieht eigentlich ganz Spaß aus, der Modus, oder? Du hast die lefte? Man hört auch die Kommentatoren im Hintergrund. Ja, 145 wieder, Bloodhound. Schöner 540er Hit. Was ist dicht? Ich habe den Mann mit 15 knapp. Nein, nein. Vielleicht ganz grob, um euch das mal zu erklären. Ich habe jetzt selber nur selten Apex gespielt, aber die Grundlagen kann ich auf jeden Fall. Ihr habt hier unten offensichtlich die drei Mates und dann gibt es, glaube ich, graue, es gibt graues Schild, graues Schild, blaues Schild, lilaes Schild, goldene Schild. Und, ja, genau, die Waffe von ihm macht jetzt 45 Schaden auf den Oberkörper scheinbar. Und dann muss man sich halt entweder mit Weißem heilen, dass man sein Leben voll macht, oder mit so Energieschilden, um sein Schild hier oben wieder voll zu machen. Und dann hat man noch einen Helm, der halt einen vor Headshots schützt. Genau. Ich finde schon nice, wie man sein, wie man sein, das waren gerade Schilde übrigens und Matt Gilt, wie man sein Movement da sieht. Crack one, crack one, crack one, push that, push that, push that, they're both cracked. Der hat jetzt kein Schild mehr, wie in Warzone. Boah, was er da für einen Jump gemacht hat. That one, that one. Oh, yes, crack, 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 crack. Last guy, crack, push him, push him, push him. Right here, right here, right here. Nice. Und da gewinnen sie die erste Runde, okay. Alter, das war ein richtig nicer Jump da über die Kante, die er genutzt hat. Ich bin ein Fan, ich bin ein Fan, ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht, wir müssen meine Cam ein bisschen weiter runterpacken. Und jetzt haben die halt mehr Geld. Nice. Und können sich jetzt quasi etwas bessere Waffe kaufen, wie in Valorant oder Counter-Strike. Ist eigentlich ein ganz nicees Format, glaube ich. Echt ganz cool. Vielleicht mal für eine Win-Challenge gar nicht schlecht. Weil dann ein Match nicht so lange dauert, aber es ist halt auch wieder nur zu dritt dann. Ist ein bisschen blöd. Und man hat dann halt die verschiedenen Operator oder Legenden da halt, die verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Fähigkeiten haben. Er kann zum Beispiel eine kurze Zeit durch Wände gucken und so weiter und so fort. The Brooms. Ups, läuft hier gerade. Was war denn das? 45, 1. Cracked one, cracked one. 2,45 ist halt krank, die Shots, ne? Die sind wirklich heftig. Ich weiß nur noch nicht, ob es halt wirklich darum geht, das gegnerische Team auszulöschen oder ob die ein Ziel haben, eine Lomme platzieren zum Beispiel. Ah, da geht jetzt kein Shot rein. Wir können ja in die Kommentare schreiben, was der allgemein von Apex so heitet. Ich finde eigentlich ist es schon ein neistes Game. Schön. Man muss halt auch krass als Team zusammenarbeiten. Cracked one, cracked one, cracked one. Der ist halt ein Shield. Er spielt auch so aggressiv, ne? Ich finde es komplett geil. Schmackhaft. Und die spielen halt gegen andere, die auch auf dem Event sind, ne? Offensichtlich. Easy, 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 easy. Ist eigentlich ein echt geiler Modus, oder? Gefällt mir echt sehr gut. Das ist halt... Man könnte meinen, dass er allgemein einfach ein sehr guter Gamer ist, ne? Ich glaube, Ryrixx war ja auch in Fortnite extrem stark. In Black Ops 2 auch extrem stark. Und Überraschung, auch in Warzone ist er ein guter Spieler. Wer hätte das gedacht? Was ist das? Ja. Ich war auch einmal auf so einer Laden, konnte aber selber nicht spielen, leider. Ich war nur als Zuschauer da. Aber das ist schon echt was komplett anderes. Viel geilere Stimmung und so. Jetzt haben die auch schon lila an dem Shield, seht ihr unten links. Also nochmal deutlich mehr Leben als vorher. Jetzt bin ich mal gespannt. Zwei Kills da oben rechts, sieht man. Und das ist jetzt die dritte Runde, ne? Ich weiß nicht genau, wie viele Runden man insgesamt in dem Modus spielt. Er boppt den Ult. Ja, Nate auf ihn. Oh, Worms! Ich bin zurück, weil der Prärken nicht mich aufhörst. Ich bin gut, ich bin gut. So, und das ist jetzt. Eins gegen drei, eins gegen drei. Wo ist die andere? Letzte Runde, glaube ich. Schafft ihr eins zu nocken? Komplett One-Shot. Marken, marken. Ich weiß nicht, wie viel Preis geht da auf dem Spielstand. Aber das ist ja wirklich komplett krank. So eine Präzision, Alter. So eine Präzision und so ein Moment. Wir schauen uns nochmal ganz kurz an. Und das hat halt den Sieg für die Verstaff. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Er ist weich, er ist weich, er ist weich. Wie ruhig der aufbleibt, das finde ich eigentlich komplett krank. Knock den anderen down. Marken, marken. Ich finde es so nice, ne. So nice zum Ansehen. Und die Shots sind halt geil. Aus der Hüfte. Oh my God. Komplett krass. Der Chat auch. Zieh euch in den Chat rein. Spielt das Game noch nicht mal, normalerweise. Ist doch nicht mal sein Main-Game, Alter. Das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Mit den beiden hat er gespielt. Richtig, richtig krank, ohne Scheiß. Ich habe das Ganze jetzt extra nochmal aus der Caster-Perspektive gesucht. Von dem öffentlichen Stream quasi, beziehungsweise von Nick Merckx. Der da ein bisschen besser aufgestellt war. Weil wir haben es ja jetzt nur aus Biffle-Sicht gesehen. Und da wird mich die Reaktion von Nick auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr interessieren. Gegen Carly hat er gespielt. Er spielt viel Apex, glaube ich, in letzter Zeit, ne. Ich mache es auf jeden Fall ein bisschen lauter auf. Team Nick. Da seht ihr Biffle unten rechts auch. Nick trägt auf jeden Fall scheinbar irgendwie so eine entspannte Balenciaga-Kappe mit so einer Kante drin. Was kostet die? Ich sage 700. Shopping. Ich bin so auf seine Reaktion gespannt, Alter. 350 Euro kostet die. Schnapper. Annie, ist hier jemand interessiert zufällig? Ist hier jemand interessiert? 350 Zacken? Easy. Nio, hopp auf den Weg. Nio, put... Da wollte er sein Team noch unterstützen. Big Nade, Big Nade, Big Nade. Feier ich aber komplett. Ich weiß nicht, warum er nicht mitgespielt hat, actually. Würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, ob es ein weiteres ist. One down, one down, one down, one down. Let's go, Snide! One more, one more. Ah, das war das jetzt, das war das jetzt. Das ist der Play. Eins gegen zwei. Da kommt jetzt der Play vom Wiffel. Und jetzt seine Reaktion. Weil das Eins gegen zwei klatscht. Nicht zu glauben. Das ist nochmal eine geilere Aufnahme. Ach, der war Team Tim oder was? Nee, märkst du? Äh, Dienst Biffel. Okay, cool. Don't worry. Don't worry, don't worry, I bet you're a hundred times, don't worry, you're good Schade da, nächstes Mal Äh, unfassbar Auch einfach mal in einem anderen Game komplett rasieren, was denn? Krank, Alter, ja, feier ich extrem War jetzt heute nicht so lange Reaktion, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao